Die G-Klasse habe ich verbrannt, weil ich die verbrennen musste und weil mein Herz gesagt hat, verbrennt die G-Klasse. Aber Leute, wer weiß, vielleicht verbrenne ich auch den Lamborghini, vielleicht verbrenne ich auch irgendwann mal mein Flugzeug, vielleicht verbrenne ich auch irgendwann mal meine Wohnung. Aber ich hoffe, dass das nicht der Fall sein wird. Aber bei dem Lambo, schwer, so 70 Prozent ja, 30 Prozent.